Catherine, Princess of Wales, in diesem missachtet sie die britische Etikette. Catherine, Princess of Wales, 41, begibt sich in ein mehr oder weniger unbekanntes Territorium. Als sie und Prinz William, 40, zu Besuch in Soho sind, nutzen sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Ungewohnt für die Royals, die sonst aus Sicherheitsgründen immer in ihren privaten Autos anreisen. Ob geht deshalb dabei auch ein Fauxpas passiert? Schließlich ist das für die Royals ein ganz ungewohnt, als sie die U-Bahn verlassen. Missachtet sie eine britische Etikette, die einigen sofort auffällt. Welche das ist, sehen sie im Video. Verwendete Quelle, Miracook.